Herrир, lasst uns auf Wiedersehen, Herr Mario, die wirken, des Höhepiers, der Recht und Verzeihung, der Vergebung des Sünden der Rede Gottes, dieser heiligen Kirche. Du hast uns auf Wiedersehen, für die Geflüchte dabei, das du um unser eigener und hergerlichen Kirchen, die hier wirken, die Singeln für das Anwesen der Rede Gottes. Lass dir die große Bühne in der Liebe und Herz in der Heiligen Geist dabei. Denn mein Gott, die Gott, die ich schriebe, mein Gott, Jesus, und dir sehnen wir umreißend vor, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und immer Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.